So, wir sind hier im Catering-Bereich von Moserwirt. Ganz, ganz leckeres Essen, wie jedes Jahr. Eugen gibt sich Riesenmühe und ja, wir hatten gerade Raubtürfütterung, weil ich habe ja gerade heute meinen eigenen Zoo dabei und die ganzen Tiere stehen schon hinter mir oder beziehungsweise da vorne stehen sie. Ich würde sagen, schwenkt mal rum und ich komme mit und stelle euch mal meinen eigenen Zoo vor. Tiger im Tag, Tiger im Tag, Tiger im Tag, Tiger im Tag, Mein Zoo. Gut.